Hallöchen zusammen. Herzlich willkommen zurück zu das Play Open TD, in dem wir quasi die Städte jetzt gerade unter Wasser setzen. Da haben wir gerade so ein bisschen Probleme mit der Stadt, aber die hier, mag die uns sehr gut sogar. Oh yeah. Wenn dem so ist. Ah. Wenn dem so ist. Zack. Die zwei Gebäude kriegt man auch noch vor ins Zweck. Glaubst du mal. Das kriegt man ja nicht mehr so. Zack, zack, zack. Guck mal hier. Schöner Wald oder ganz bezaubernder Wald sogar. Mhm. Damit hast du nicht gerechnet. Zack, zack. So. Hätte ich gerne, dass das ganze Gebiet hier quasi unter Wasser steht. So schaut's aus. Hehehe. Okay. Der sieht jetzt schon mal nicht ganz so schlecht aus. Ähm. Wie wär's denn mit ein paar mehr Bäumen? Kann man da dich noch ein bisschen glücklich stimmen damit? Furchtbar. Okay. Jetzt sind wir bei gut angekommen. Das ist schon mal richtig toll. Weil ihr braucht nämlich eure Straßen nicht mehr. Wir sind eine Nation aus Mutanten. So schaut's aus. So. Wunderbar. Pff. Im Bestfall haben wir es quasi fast schon geschafft. Ähm. Mhm. Wieder ein bisschen gut gewesen. Sitzpasst hat Luft. Ähm. Bitte das auch noch alles weg. Fast. Wir haben es fast geschafft. Ein teures Unterfangen. Aber ausgezeichnet sogar. Oh. Nice. So. Ihr dürftet hier jetzt nichts mehr haben. Was so viel heißt wie. Das gesamte Gebiet. Hier. Das gesamte Gebiet. Drumherum wird verschwinden. Sottle. Der Wilmton Tribe. Nicht mehr existent. Broken Bank. Oh. Meine Freunde. Jetzt ist doch noch eigentlich angefangen mit euch hier. So. Guck mal. Ja. Dann tun wir euch wieder ein bisschen bestechten. Denn warum nicht? Oh. Schade. Man ist es aufgeflogen. Okay. Wie schaut's denn bei euch aus? Meine Informationen finde ich alle richtig interessant und schön. Aber. Nein. Tut mir leid. Das ist einfach so wie es ist momentan. Perfekt. Runde mit euch. Runde mit euch. Auch hier runter. Wird alles gerade gemacht. Das passt dann schon. Auch hier. Und auch hier. Wunderschön. Mehr Wasserfläche. Okay. So. Theoretisch. Es gibt ja einen Nullpunkt von dem Ganzen. Warum Minus? Scrap Metal. Aber du musst mal warten. Muss wahrscheinlich. Und ich glaube mal. Da wird nie wieder etwas passieren. Statt wächst nicht. Nein. Es ist schon mal gut. Schon mal sehr gut. Statt nicht wächst. Ich kann mir gerade nicht alles machen. Ich habe es versenkt. Die Adams Air Base. Sie wächst nicht. Ist aber vorhanden. Und das. Ist eine Frage gegen uns. Zack. Oh. Okay. Das war komplett falsch. Die ist von mir als falsch sogar. Air Base. Statt Verwaltung. Ausgezeichnet. Wunderbar. Auch das war noch unseres. Bitte. Zack. Bam, bam, bam. Zwei reicht. Ausfuhrt-Moment. Ah. Ah. Okay. Das gehört nicht mehr zu dem Teil dazu. Sowieso. Schaut. Ja, ja, ja. Genehmigung. Jetzt wird da bebe. Nur keine Panik. Sottel. Und dann auch wieder das gute alte Thema. Weg mit euch. Es ist echt unschön, dass jetzt noch Sachen übrig geblieben sind. Also das ist... Nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Die ganze Natur hier noch mit eurer... Es hat noch mal eine Million ausgeben dafür. Passt. Sie werden sich nie wieder weit ausbauen. Okay, also zumindest für die Küstenstädte ist das eine Lösung. Richtig gute Lösung sogar, möchte ich mal behaupten. Ja, also wir haben mal... Ja, wir haben Slaves. Und sie haben rausgefunden, dass ich Leute besteche. Okay. New Yorker Tribe. Ja, das ist auch interessant auf jeden Fall. Weg mit euch. Weg mit euch. So, wir können auch einem auch die Millionen ausgehen. Aber sowas von. Auch wenn du sagst, du tust dich nicht ausbauen. Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir sowas von überhaupt rein gar nicht. Wunderbar. Ihr seid mittelmäßig. Das passt. Dann tun wir doch hier mal einen Fluss durchziehen. Und hier noch einen Fluss durchziehen. So. Dadurch seid ihr auf jeden Fall nicht in der Lage sind. Nur mal irgendwas zu bauen. Das sieht sogar noch richtig schön aus. Okay. Fair Harbor. Okay. Das war's jetzt. Einsatzgebiet. Ein bisschen bestechen. Ausgezeichnet. Wunderbar. So. Nicht anders wollte ich das doch sehen. Naja, schon wieder. Ja, schon wieder. Können wir gleich mal auflassen, weil wahrscheinlich haben wir jetzt noch zu viele Straßen. Ja, ganz knapp haut es nicht hin. Passt soweit. Und die Einebnung könnt ihr eh nicht aufhalten. Also zack. Ja. Die Harbermans. Ich muss überhaupt, ihr seid auf jeden Fall da mit dabei. Die Sleft, die Airbase. Ah, geil. Mir fehlt immer noch der Tribe hier hinten eigentlich. Aber ich darf mir, glaube ich, immer noch nicht. Doch, ich darf wieder bestechen. Oh, ich darf wieder bestechen. Wie genial ist das denn? Wunderbar. Weg und weg damit. Also die ganzen Straßenkonstrukte hier. Alles weg. Dieses Wildnis. Das hat hier nichts zu suchen. Überhaupt nichts. Die Natur muss sich erholen. Weniger Zement. Lass mich für den Moment. Hamals. Wir haben alles wegbekommen. Wunderbar. So. Dann sagen wir hier doch mal, bitte. Wir hätten hier gerne einen Fluss. Mhm. Wir könnten sogar ein, zwei Spurgenfluss draus machen. Einfach nur, damit es cooler ausschaut. Hätte ich jetzt kein Problem damit. Gib ich auch mal gleich zu. Ja, das passt. Ähm. Der Fluss geht nach oben und nach unten, so wie es ausschaut. Kanal. Ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Mit einer Schleuse oder sowas. Aber, ja, das ist mal egal. So. So. Monerays. Dann tun wir für den Moment mal kurz sagen, ihr hier. Wir unterbrechen das Ganze mal. Damit ich quasi hier meine, mein Fluss durchmachen kann. Wegen dem hier. Wegen dem hier, okay. Alles klar, alles klar. Dann sagen wir bitte, ich hätte gerne von hier nach da eine Brücke. Und von hier nach da eben so eine Brücke. Wunderbar. Gerade rechtzeitig gekommen, so wie es ausschaut. So und so rüber, passt soweit. So. Der nächste Bereich. Ja, 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 wie geil ist das denn? Zack, hier rüber. Ich bin darum. Abrei. Geht nicht. Oh, ho, 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 ho. Du kennst die Macht des Geldes noch nicht mein gutster. Okay, denen geht es so schlecht hier. Damit wir erst mal damit anfangen müssen, alles klar. Ausgezeichnet. Ja, herrlich. Wenn das so ausgezeichnet läuft. Dann können wir auch direkt den Rest hier für uns begradigen. Ja, schon wieder. Okay, was soll's. Das können wir nachher noch weiter reparieren. Aber wir können zumindest den hier weiter durchführen. Yep. Ansatzweise zumindest. Bis wir hier wieder Bestechung machen können. Ich glaube, ein paar Monate braucht das Ganze. Ja, unschön. Ganz, ganz, ganz unschön. Okay, haben wir denn dann dich hier mittlerweile schon wieder? Darf ich denn da Bindeweiss machen? Ihr habt mittelmäßig. Okay, mittelmäßig ist in Ordnung. Mittelmäßig, damit kann ich arbeiten. Hm, das hat ausgereicht für ein bisschen was. Ähm, einmal bestechen. Zweimal bestechen. Und alles ist weg, so wie es ausschaut. Yep. Die gesamte Infrastruktur ist weg vom Fenster. Okay. Das heißt, broken banks. Du bist wirklich broken an der Stelle. So, was haben wir so schon da? Wir könnten hier noch... Ach, guck, wir können sogar noch hier in der Verbindung noch vorhin aufbauen. Das ist ja natürlich schön aus. Nein, dazu kommt. Einmal machen. Dass wir direkt hier oben sind, aber... Das ist bloß nach oben. Deswegen können wir unsere Taktik nicht weiter fortführen. Leider, muss man sagen. Leider. Die Frage ist nur, hast du dich wieder akklimatisiert? Akklimatisiert? Immer noch nicht. Schade. Was ist, wenn ich ein bisschen Grünzeug reinpflanze? Gefällt es dir dann eher? Hm, gut. Okay, gut ist gut. Ist wunderbar. Genau, die eine Straße wahrscheinlich, die alles blockiert. Jepp, genau die Straße. Die eine Straße, die alles blockiert. Okay, was soll's. So, weiterbauen. Heiei, die Berge sind echt groß an der Stelle, stelle ich fest. Ähm. Wir werden Wortwählen nicht komplett niedermachen können, so wie es ausschaut. Zu hoch das Ganze, leider. Leider, leider, ja. Guck mal hier. Ah, ist begrünt. Der gesamte Bereich ist begrünt. Ahem. Oder so. Zack und zack. Damit haben wir alles weg. Wir können hier gerade bauen. Und hier nochmal mit hinten reinbauen. Das ist in Ordnung. Passt zur Nächste. Das nächste Städtchen, das nichts mehr machen kann. Ne, aber das ist schon ein bisschen ungünstig. Ja, das hab ich einfach verbockt an der Stelle. Brauchen wir oben aber einen Fluss? Eigentlich nein. Ganz ehrlich, eigentlich nein. Das ist nämlich echt mehr als unnötig. Ja, da ist, komm, was weiß. So, Sitzpast hat Luft. Dann können wir das sogar noch begradigen hier. Sogar noch weiter begradigen, damit ihr auch ein bisschen was zu bauen habt an der Stelle. Das ist wahrscheinlich nie das verkehrteste. Während der... Ah, Jede Witzker. Hier sprudelt das Leben, möchte ich doch mal behaupten. Ohne, dass ich wirklich mal hingeguckt habe. So, 90 Millionen. Das klingt jetzt nach wenig und ist ja auch wenig. Gebe ich auch und echt zu. So, zack, zack, zack. Dich weiter ausbauen, dich wegbauen und dich eben so deine ganze Infrastruktur. Davon wollen wir nichts mehr haben. Denn du bist mir schon wieder hier im Weg, wenn es darum geht, mein Schienensystem in Ordnung zu lassen. Also, das finde ich ganz und gar nicht schön, sagen wir es mal so. Okay, okay, noch einmal, zack. Jetzt da. Du bist weg. Wir könnten es sogar noch sagen, machen wir hier mal ein Grate rein. Dann sollte nämlich überhaupt nichts mehr entstehen hier eigentlich. Ja, das können wir so lassen. Ja, das ist erstmal so. Herrlich ist das hier. Wanderer kommen wir auch nicht mehr hin. Erledigt. Das heißt, hier drin können wir Löcher machen. Ahem. Das ist definitiv nicht die schlechteste aller Ideen. Ja, ich weiß, bei euch können wir wahrscheinlich noch mit damit aushelfen. Definitiv. Okay, fast immer aushelfen. Okay, fast immer aushelfen. Sagen wir es mal so. Fast immer aushelfen. Das Ganze ist schlecht. Zack, zack, zack. Sehr gut. Das ist in Ordnung. Ja, genau so wie hier und genauso wie dort. Die ganze Straße kann auch mal weg. Ja, ich weiß, ich weiß. Noch zweimal bestechen. Dann hat sich die Sache hier auch erledigt. Und wir sagen einfach, die Stadt ist einfach ein riesiger Berg. Und in der Mitte ist ein fett Krater mit einem Stück Wasser. So, passt. Morgentown Village. Es existiert einfach nicht mehr. Nochmal so, passt. Nicht der schönste Berg. Aber er wird funktionieren. Sördle. Also man so wie damit verschwendet quasi an Zeit. Dass ich noch gar nicht weiter geguckt habe. Dich wollte mir eigentlich ausbauen. Genau, das war eigentlich unser Ziel mal. Vor langer, langer Zeit. So, und wenn man dich jetzt noch ein bisschen begradiger. Dann könnten wir da sogar ein schönes System das machen. Genau. Dich noch machen und dich noch machen. Und sagen mal, Bushalte stellen. Wir möchten bitte vom Kern aus fahren. Keine Baugenehmigung. Warum denn nicht? Okay. Euch fehlt noch dieses gewisse... Guckt mal, hier sind Bäume. Erlebnis, muss ich mal behaupten. Dieses Baumerlebnis fehlt euch einfach noch. Aber Baumerlebnis. Mount Baum. So, fertig. Immer noch furchtbar. Oh, schade. Mittelmäßig. Mittelmäßig reicht mir vollkommen aus. Damit kann ich leben. Da wäre es jetzt besser, wenn wir hier noch eine Strecke hätten, wo gerade ausgeht eigentlich. Ja, tut mir leid. Dieses eine Haus muss noch weichen. Mehr, aber nicht mehr. Sagen wir nämlich gerade ausfahren. Eins. Zwo. Komm schon. Zwo. Die Waters... Ach, die da hinten sind es. Ne, mach mal hier. Zwei. Da ist zwei. Drei. Ähm. Vier. Und fünf. So, haben wir unsere fünf Sachen. Diese fünf Sachen. Bam, 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 bam. Und zwar hier im Depot. Bin ich jetzt auch gerne auf der Route irgendwo. Immer direkt hier daneben. Das passt schon. Das beweist nur, wie cool wir sind. Straßenfahrzeuge, Passagiere, die hier, so. Dann sind wir hier in Charleston. Du bist Nummer eins. Charleston, Straßenfahrzeug, eins. Wunderbar haben wir da noch ein bisschen mehr Platz hinten rein. Haben wir. Passt. Passagiere von eins, zwei, drei, vier, fünf. Zack, 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 zack. Und zack. Habe ich das Geld? Ich habe es gemischt. Okay, nochmal löschen. So, jetzt nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sörtlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alles nach und nach durchklicken. So, dann sagen wir dich hier. Dich hier, dich hier, dich hier und dich hier. So. Eins. Passagiere noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fahrzeuge sind on the way. So, drei, vier. Und fünf. Wunderbar. Miep, miep. Dann benötigen wir noch was. Und zwar benötigen wir erstmal welche für Baumaterial. Schnappen wir uns am besten den da hier. Ja, der ist recht gut. So. Bitte Baumaterial besorgen. Von hier nach. Er hat gerade wieder irgendwas aufgenommen. Was nicht sollte. So, noch einmal fahre von hier. Nach da unten hin. Laden, 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 wenn voll. Und alles entladen. Go. Fahrzeug kopieren. Und so weiter mal da vorbeifahren. Mal go. Du hast deine 18 Tonnen. Das passt. Okay, haben wir zwei Stück davon. Dann neues Fahrzeug für... Ähm, clean food. Ähm, clean food. Können wir machen. Clean food. Zack, Fahrzeug kaufen. Clean food. Bitte von da nach da das Ganze. Laden wie voll. Alles entladen. Und go. Fahrzeug kopieren. Und los geht's. Zack. War nix drin, oder wie? Ah, ja. Schwachsinn. Schwachsinn, Schwachsinn, Schwachsinn. Das holst du ja gar nicht von da ab. Fahren zu hier. Verwirkbar. Justin Hunters will löschen. Jetzt mal richtig so. Der zweite warst du. Ja, der zweite warst du. Äh, es war Wassertransport. Fahren zu hier eigentlich hin. So, jetzt soll's eigentlich funktionieren. Ja, besser hat auch Essen mit dabei. Okay, passt. Als nächstes brauchen wir noch einmal Wasser. Wassertransporter. Der Kleine hier macht's. Wasser kaufen. Wassertransportieren. Von da nach da. Diesmal sind wir aber richtig aufgestellt. Und go. Fahrzeug kopieren. Und Fahrzeug los. Sördle. Damit sollte man eigentlich... Ja, ich hab's grad schon gesehen. Da ist ein Haus gelb geworden. Passt. Wir haben auch schon einen Bus, der nach unten geht. Ja, herrlich. Das heißt, du gehst noch rum, du gehst noch rum. Das ist nämlich für Gag-Eiern. Da, okay, weißt du, das sind blaue Häuser. Ernsthaft? Selbstustained. Okay, passt. Ich mein, ich sag nicht nein dazu. Ich sag definitiv nicht nein dazu. Das wurde nämlich immer... Ich denke halt immer genau, das hier sind die großen Planen, aber nein. Selbst das sind kleine. Selbst diese kleinen sind als blau deklariert. Mhm, okay. Dann können wir so sagen, wenn der fertig ist... Danach können wir die nach da hinten schicken. Das wäre nicht ganz verkehrt. Hallöchen, aber auch super Mutanten, Mega-Fabrik hier. Äh, was? Big Town & Co. Braucht mir nicht da. Wir haben ja ganz so gerne da. Ähm, ganz ehrlich, das brauchen wir auch nicht mehr. Das ist auch ein Gebiet, das können wir quasi wettmachen. Das ist schon in Ordnung. Ja, alle mal ein Leermachen dazu. Ähm, ja, breit euch alle zu sehr aus, gebe ich auch und ehrlich zu. Genauso wie das da hier. Kann alles mal wegkommen. Das passt ebenso. Ähm, Megatron. Kann man definitiv auch alles rauslöschen. Ich wollte gerade sagen, so viel Geld, was wir jetzt rein investiert haben. Da müsste ein bisschen Abriss eigentlich mit dabei sein, sagen wir es mal so. Ja, okay. Dann müssen wir noch ein bisschen mehr bestechen, so wie es ausschaut. Die gesamte Infrastruktur hier weg. Oh. Ah, ich sehe bereits wieder was. Ich sehe einen großen Wasserplan auf mich zukommen. Ähm, mein gutster, du hier auch. Ähm, geh mal zurück, das passt. Das wird nachher alles ein bisschen anders ausschauen. Aber sowas von anders. Du hier auch zurück, 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 zurück. Das passt schon. Ja, ist aus diesen Städten nichts mehr raus. So, das wird zwar alles teuer werden, es muss aber was so ist. Ich würde schon sagen, der letzte, weg mit dir und weg mit dir. Ähm, ich möchte bitte. Dich hier erst mal. Naja, das ist ganz anders, ganz anders. Ich möchte erst mal hier den gesamten Bereich begrünen. 50.000. Das ist schon mal gut, schon mal sehr gut. Hat dir das gefallen? Nein, richtig gefallen sogar. Okay. Dann möchten wir bitte, dass das Ganze hier weniger wird. Dem wir einfach mal sagen, hey, Kollege. Wir möchten doch einfach nur, ich möchte doch einfach nur was machen. Solle. Man möge mir, dass sie jetzt, dass sie mal zu Hause ist. Das gefällt mir doch schon eher. Gehen wir mal hier durch und dann nehmen wir das noch durch. Da aber ein bisschen wüsch da ausschauen, das ist in Ordnung. Wir müssen einfach nur gucken, dass wir hier irgendwie durchkommen. Die Zitadelle, das warst du noch mal, ja, das warst du noch mal. Allein dadurch sollte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Die Zitadelle, immer noch nicht. Ganzhaft, immer noch nicht. Ausgezeichnet. Das gefällt mir doch schon eher. Auch immer das hier gehört. Auch der Zitadelle. Danke dafür auf jeden Fall. Go und go. Und go und go. Das ist nämlich quasi der Fluss hier eigentlich ziemlich schnell begradigt. Megaton ziemlich schnell abgewaschen. Ebenso Big Town. Du hier ebenso. Passt. So, bei Mutant City müssen wir noch ein bisschen anpassen. Tun wir auf ein kleines Besichern zumindest. Ähm, ich schätze bei euch ja furchtbar. Euch müssen wir eigentlich zum Guten wenden, weil sonst werden wir da ziemlich schnell Probleme haben. So, zack, wunderbar. Dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir auch, dich haben wir. Ebenso der Rest auch. Der Rest passt soweit. Jepp. Mhm. Tich. Es gehört noch Megatown, aber es dürfte theoretisch nichts mehr dazu rein passen. Das ist schon mal in Ordnung. So, zack, auch noch hier mit rein. Die Slaves, die können wir auch noch unter, die sitzen wir auch noch unter Wasser. Was soll's? Ihr Slaves, kommt doch mal her. Kann ich euch noch ein bisschen begrünen für den Moment. Und zack, hier für 30.000. Hat das was gebracht oder hat das nichts gebracht? Immer noch schlecht. So, ausgezeichnet. Ja, herrlich. So, genau das, was ich quasi sehen wollte von euch. Den Rest braucht ihr doch gar nicht mehr, würde ich mal behaupten. So, ich glaube mal damit, okay, Bestechung, haben sie noch mitbekommen, was soll's. Ich sage jetzt einfach mal, das passt schon soweit. Ja, wobei, nicht ganz, nicht ganz. Hm. Unschön. Kann man da vielleicht noch ein bisschen neifahren oder so? Das schaut nicht schlecht aus. Ja, ein bisschen was fehlt's noch. Aber der Großteil davon ist unter Wasser gesetzt, das heißt, da kann nichts mehr passieren. Der Rest wird auch noch folgen. Passagiere, Tonnen, Essen, Wasser haben wir. Wir haben alles. Wir haben mehr als alles, also können das dritte auch noch quasi in Betrieb nehmen. Bankton, ja, da passiert überhaupt nichts mehr. Warum bist du denn schon wieder verwirrt? Kann ja nicht sein. So eine Verwirrung kann man doch gar nicht produzieren. Passagiere sind unsagbar viel. Da stelle ich gerade fest. Und zwar bei dir hier, 800. Da können wir doch bestimmt zerhaken. Hey, Kollegen. Ich hätte gerne noch einen weiteren Helikopter für euch mal. Das können wir nur schnell machen. Passagiere, kopieren, zack. Und dann nicht rein schmeißen lassen. Dann sollte das eigentlich funktionieren, würde ich jetzt mal behaupten. Aber, wie es ganze Weile geht, auch mit Leute versinken, beim nächsten Mal. Macht's gut und wie mit Schüssele. Wobei, Bermuda. Das muss ich noch ausprobieren. Hehehehe. Bis zum nächsten Mal.